Wer steht denn da? Da steht jemand. Schnell weg. Okay, da kommen wir also erstmal nicht lang. Das ist so schön, dieses Spiel. Es ist unglaublich. Oh, das ist so niedlich. Okay, gehen wir erstmal schlafen und dann gehen wir in die andere Richtung. Und ich würde es gerne an diesem Werk nochmal ausprobieren. Das war dann nochmal diese kleine Klappe probieren mit dem kurzen. Ich weiß ja nicht, wo der da hinkommt. Oder ob das einfach nur Nahrung ist. Voll schön. Ich habe echt nicht gedacht, dass der Schnee weg geht. Es kam so unerwartet. Okay. So. Lass mal schlafen gehen. Ah, der nächste Morgen. Good morning, people. Vorsicht, der Plünderer benötigt nur einen Schuss, um dich zu töten. Gut, dass diese Information jetzt kommt. Wahrscheinlich wird der jetzt gleich kommen, ne? Ja, jetzt haben wir wieder Gespürsinn. Gespürsinn. Ich würde einmal gucken. In die Richtung würde ich mal gehen. Hier gab es irgendwo eine Abzweigung. Hier lang würde ich mal gucken. Wo geht es denn hier lang? Oh. Aha. Kriege ich das andere Ei eigentlich auch? Oh, da ist... Da kommt jemand. Da kommt jemand. Wo geht der hin? Kommt der hier lang? Oh. Hä, wo ist der? Da hinten. Aber hier wollte ich eigentlich gar nicht lang gehen. Ich wollte hier hoch. Und dann wollte ich da oben, wo der gerade war. Nicht, dass ich wieder in eine Falle renne. So wie gerade, so grandios. Oh, hier. Macht er das von alleine? Ja, okay. Schwups. Einmal reindrücken. Ah, der holt aber, glaube ich, nur Nahrung raus, ne? Okay. Alle gesättigt. Hier geht es hoch. Ich höre eine Maus. Ja. Wir haben genug zu essen. Und so eine falsch strahlte Maus ist bestimmt nicht lecker. Wo laufen? Wir laufen doch immer im Kreis, ne? Ah, okay. Alles klar. Das heißt, wir sind also wieder dort. Wir müssen mal gucken, wo oben an dem... Da unten geht es. Wo geht es denn da hin? Warte mal. Da unten ging es doch irgendwo lang. Da muss ich hier wieder runtergehen. Zu der Maus. Und dann ist es hier lang. Nein, andere Richtung. Da, wo die Maus runtergelaufen ist. Und dann irgendwo hier ist eine Abzweigung. Oh, Nahrung. Brauchen wir gerade nicht. Warte. Oh, ist das der Jäger? Das ist der Jäger. Der trauert auf jeden Fall. Oh, der trauert um seine Frau. Ja, ist bestimmt auch alleine. Wahrscheinlich werden die noch Best Friends. Oder auch nicht. Da wohnt der also. Okay, da ist ein Schloss vor. Hier unten können wir noch lang gehen. Hier. Wo geht es hier lang? Gucken wir mal. La, la, la. La, la. 14 Nächte schon überlebt. Wir haben unten wieder so ein lillernes Mäuschen, ne? Nein, du gehst da nichts essen holen. Da ist... Okay, hier ist der andere wieder. Alles gleich, verstehe. Dann gehen wir jetzt schnell in die Hose. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich die Fährte jetzt finden muss, weil unten dieses lillerne Kätzchen wieder ist. Das seht ihr gerade nicht, weil ich gerade dahinter bin. Ich mach mich mal eben weg. Da seht ihr das da. Das ist das lillerne Kätzchen. Äh, Kätzchen sag ich schon. Der Fuchs. Das kleine Bibi-Füchslein. Wieso sag ich denn Katze? Ich bin schon so durch. Ähm... Ich weiß ja, ob man da jetzt, äh... Ob man da, äh... Jetzt auf die Spur achten muss. Aber ich hab die ganze Zeit im Schnüffeln. Aber ich schnüffel nix. Der Jäger braucht also nur noch ein... Also nur einen Schuss für uns, ja? Das ist gut zu wissen. Jaaa... Höh! Höh! Schnell, 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 schnell! Höh! Alter, wo muss ich hin? Kommt der? Kommt mit! Oh nein, da ist noch einer! Nein, alter! Ernsthaft? Höh! Alter, wie gemein! Interessant. Fakt. Echt Papi ist, äh... Based on the musical instrument When one of the... Dies, that instrument stops Begin ahead of the... Rest of the game. Ah. Okay. Okay. Ooh-hoo-hoo-hoo. Scheiße. Stay here. Uh-hoo-hoo. Uh-hoo-hoo-hoo. Uh-hoo-hoo-hoo. Wo ist der? Wenn der hinterm Baum steht, ist doof, ne? Dann sieht man den nicht. Oh, ich glaub, der ist weg. Ich glaub, der ist woanders lang gelaufen. Oh, puh. Alter. Da hinten. Siehse. Puh. Puh. Schnell. Schlafen. Oh, warte mal. Ja, esst ihr mal. Esst mal schön auf. Mmh. Nom, 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 nom. So. Rein da. Schlafen. Erhungenschaft freigeschleifelt. Lecker. Das ist so schön. Das ist so schön. So amazing. No. Oh, wie er träumt. Das ist so süß. Ich mein, süß. Was passiert jetzt hier draus? Ablenkungsorte führen den Wildlerer über deinen Standort in die Irre. Okay. Öffne die Karte, hm, um die markierten Fragen. Erlaube dir eine Ablenkung zu platzieren. Einer mit Fragezeichen markierten Orte erlaubt dir eine Ablenkung zu platzieren. Ach, da. Okay. Und da. Heißt also, ich kann hier oben links quasi eine Ablenkung platzieren. Guck mal. Oh, die sind aber schon ganz schön nah, die Menschen, ne? Alter, die holzen hier den ganzen Wald ab, ne? Die Firma. Und wofür das Ganze? Wahrscheinlich für, äh, Hauptsache ihre Firma. Okay, Ablenkungsmanöver. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Müssen wir mal ausprobieren. Testen. Mal, wie es funktioniert. Schauen wir mal. Okay, Moment. Ich bin sofort bei euch. Kindies. Ah, wie? Warte mal, ist das hier Ablenkung? Nein, okay. Okay. Ich komme. Ich bringe Essen mit. Wo ist denn das mit der Ablenkung? Das ist weiter geradeaus, ne? Ob das wirklich Auswirkungen hat? Ah, hier. Markiere diese Stelle, um ein Wilderer über deinen Standort in die Irre zu führen. Ach so. Die Wilderer wird in diesem Bereich gegen Ende der Nacht... Nacht... Die Absu... Ach so. Okay. Moly. Plünderer. Fuchsbau. Sind die Moly nett? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da unten ist ein Moly. Ablenkungsort. Ich will trotzdem einmal oben gucken, wo es da lang geht. Aber ich will die Kleinen halt nicht so alleine lassen. Wo können wir denn jetzt noch lang gehen? Was ist das denn da unten für eine Abkürzung? Wo führt denn die Abkürzung hin? Aber da müssen wir durch dieses Gebiet, ne? Wird ich einmal schauen. Ach so, wir müssen ja der Spur folgen, ne? Stimmt ja. Da war ja was. Du anstieg mal. Wo muss der Zuhexist und schreien hin? Ja. Nur ein Moment. Es wird nicht sauber sein. Nur ein Moment. Aber Essen wieder im Müllsack. Das, ähm... Nee, aber da bin ich echt am überlegen, ob es wirklich tatsächlich Auswirkungen hat, wenn man so viel Müll isst oder den Kindern gibt. Der war ja auf jeden Fall in der Fabrik drin, ne? Oh nein! Was macht der mit dem? Was macht der mit dem? Wickelt der im Teppich ein, oder was? Die Musik sofort dramatisch anders, ne? Er hat auf jeden Fall diese Teppiche mitgenommen anscheinend. Okay, hier lang. Da wohnt der, ne? Wir müssen noch gleich nach Hause. Kommt der tagsüber? Alter! 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 Die anderen sind unten, ne? Oh! Oh, wie süß! Sie hilft uns! Sie hilft uns auf jeden Fall. Ist bestimmt die Tochter oder so? Okay. Wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass wir hier verschwinden. Okay. Einen Schritt weiter von noch weiteren Zweien. Ich bin mir nicht sicher. Oh nein! Sie ist deprimiert. Sie ist müde bestimmt. Wir sollten schleunigst nach Hause. Oh, die sollte auch gleich mal was trinken, ne? Fällt mir gerade ein. An so'n Müllsack gehe ich nie wieder. Ja, nein. Es ist so klar. Kann ich da ein Gebüsch? Wir müssen ganz schnell nach Hause. Let's go home, let's go home, let's go home, let's go home, let's go home. So, klettern können sie jetzt auch. Das ist schon mal super. Ah, erst mal zu Hause. Ich muss auch mal was trinken. Was können die denn alle? Ach nee, es kann immer nur einer die Sache machen, ne? Das können nicht alle. Er kann auf jeden Fall... Oh, wie niedlich das mit dem Öhrchen! No. Ein neuer Tag. Trotz allem gibt es noch freundliche Menschen. Ja. No. Das stimmt allerdings. So. Da verschwinden jetzt alle Schlösser. Ach, du Heiliger. Ähm. Okay. Die Frage ist, wo gehen wir denn jetzt lang? Ähm. Da oben. Das heißt, umdrehen einmal. Und einmal komplett in die Richtung, ne? Ja. Da müssten wir theoretischerweise wieder zum Links kommen, oder? Zum Sägewerk. Kann das sein? Die hacken hier auf jeden Fall jede Menge Holz. Alles für diese Kooperationsfirma da. Aber der Wilderer... Oh, oh, Alter. Der ist da hinten. Uff. Sieht der uns? Alter. Guck mal eben. Okay, oben lang. Oh, der guckt genau hier hin, ne? Die miese Sau. Diese miese Drecksau. Okay. So, ich frage mich gerade, warte mal. Äh. In die andere Richtung konnten wir nicht laufen. Ist das richtig? Hier lang? Hier ging es nicht lang. Okay. Kommen wir eh auch nicht weiter. Hier ist eh Ende. Gut, das heißt, wir sind da. Da geht es in diese Richtung. Da ist die... Das Sägewerk. Da unten ist ein Fragezeichen. Das ist ein Ereignis, ne? Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Aber ich will an diesem Dings nicht vorbei. Gibt es da eine andere Möglichkeit hinzukommen? Zum Ereignis? Ja, okay. Ja, wir müssen an dem vorbei, ne? Ah, shit. Wir müssen an dem Jäger vorbei. Um zum Ereignis zu kommen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was? Oh, ich dachte schon, ein ganzes Game von vorne. Alter. Ah, wie brutal. Wie gemein. Wie gemein das einfach war.